Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Hallo? Braust du? Braust du alle wieder? So, 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 so! So, 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 so! Es ist auch ein Schum. Eieieiei! Das bring ich auch schon ein wenig. Du hörst, das mit deinen alten Komaden ist nicht schmalt. Du könntest dich da auch vielleicht einmal reinblasen? Wie viel darf ich denn da saufen, dass ich auf 0,5 km? Du? Hahaha! Ah, süß Fix! Du einmal 14, dann gar nichts! Wollst du jetzt ein Decker? Überhaupt, was kannst du da reinblasen? Na, bitte! Ja! Dass ich nicht vergiss, da ist die Bestau-Listen für rechte Wochen. Ah! Der Toll! Gut geht's am Weißen! Stoffelwein steht doch! Ein Eurofuchsterlil! Ja, ich sag das eh auch! Schau's an deinen kleinen Rimmern! Kauf mir gleich drei Putschen! Ja, wenn's auch günstig ist! So müssen wir da in den Leerflaschen herflächen! Nein! Der Weißen der Petra-Bocken! Wenn die Bocken gleich ist! So folgen! Und im Böhm-Sack entzorgen! Ja! So da schau ich an! Warum liefert's mir am Morgen die Donaustag-Pristallung auch nicht? Ein Fritzante! Und drei Euroanen! Seid's ein bissl fein geworden! Gehört's mir auch an, wenn sie leid's am Frühstück am Tust mit dem Kaviar rein! Donaustag ist ja am Feiertag! Und da könnt ja sein, dass ihr mal was anderes trinken wollt, als wir den pöligen Fusl! Du Feinschanzl! Können wir deine Austern bestellen? Sind die Teuer? Die Austern, ja! Die sind Teuer! Laustleichen mag faustend aus! Sind die Teuer? Das ist ein zweiter Medaise-Rektaus! Warte, warte, warte! Warte, 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 teiste mal an! Nullkongliose! Alkoholfrei! Ich hab sie ja noch mal gesagt! Sag ja! Freitag, ist ja fast da! Da könnt ja sein, dass ihr vielleicht auch mal so einen altfreien Tag einleitet! Das tut euch gar nicht schon! Du Schatzke! Das war vielleicht gar keine schlechte Idee! Was denn? Nein, wirklich Leute! Außerdem sind wir am Freitag eh eingeladen! Was denn? Bei Korn und bei der Arne! Sind die Leute schon kurz zurückgefallen? Ich hab's gesagt, die sind auf Korn! Nein, die sind schon morgen wieder zurück! Der Korn, der war ja zwischenzeitlich schon wieder in Graz! Was denn? War er schocken? Oder hat er dabei gesucht? Jawohl, ja! In Sigmund Feucht in seiner Kette! Ah, Wohlzeit! Apropos Wohlzeit! Hab's ihr Essen auf Renner Atmen? Traut mich nicht! Mein Schatzi kommt selber! Schau? Hm? Ja, was gibst du heute auf die Nacht zum Mittagessen? Krachtfutter mit Senf! Ich weiß nicht, können Sie gleich auch nicht zustimmen, aber bitte heute Al Dente! Al Dente? Was heißt das alles wieder? Nicht aufgesprungen! Wenn du früh bist zu mir, dann rufst ich mir ein Taxi! Und das wird die Petra mitgemacht! Ein Fantast! Es ist ein Geschehen! Wow! Das ist ein Geschehen! Ich habe das hier! Die Krise bin ich gegründet! Ich habe das hier! Ich habe das hier!